Prinz Harry plus Herzogin Meghahn, auch Kate William sind im Trailer zu sehen. Genau eine Woche bevor die lang angekündigte Netflix-Dokumentation von Prinz Harry 38 und Herzogin Meghahn, 41, erscheint, wurde nun der Trailer veröffentlicht, und schon der sorgt für jede Menge Diskussionsstoff. Dabei zeigt sich das Susex-Paar nicht nur hoch emotional und zeigt sehr in Time-Bilder aus ihrem Leben. Auch Prinz William, 40, und Catherine, Princess of Wales, 40, tauchen für einen kurzen Moment im Trailer auf, ausgerechnet während sich die beiden auf ihrer USA-Reise befinden. Im Video sehen Sie den brisanten Ausschnitt. Verwendete Quelle, Netflix Netflix Netflix